es ist hallo ich bin herzlich willkommen zu einer weiteren folge jetzt bin ich gefällt es heute mal mit dem guten alten Eli mointen ja wir spielen heute mal auf dem Revenster.tv Server weil ich komme gerade richtig hart am reinscheißen ist und ja wir haben auch ein Teamchen mit dabei was euch dann der Eli gleich erklären wird und ja legt mal los so also wie ihr wisst habe ich das in K-Pack gemacht und auch einen in TeamSpeak gekauft da wird Kotti dann die IP vielleicht in die Videobeschreibung noch packen oder irgendwie sagen und ja ich arbeite zur Zeit an dem 10k-Pack so und es wird nicht nur ein 10k-Pack geben auch nicht zwei nicht drei nicht vier sondern fünf 10k-Packs damit auch je für jeden was dabei ist weil ich meine 10.000 Abonnenten muss ja schon special sein genau so wie ich das jetzt also ich habe hier jetzt gerade die Demo eines 10k-Packs drin sag ich mal wie ihr seht im Default-Style gehalten und ich finde es jetzt schon richtig nice danke schön danke schön und ja wie gesagt da werden halt noch ein paar dazukommen ich weiß selber nicht wie sie aussehen das ist halt das einzige Pack wo ich halbwegs weiß pink down nice ich bin hinter dir ja warte ich spring mal runter dass nicht unser Bett wieder weg ist also freut euch drauf ja ich bin auch schon richtig hart gespannt drauf wie gesagt IP-Adresse vom Teamspeak ist unten in der Beschreibung wie ihr es gewohnt seid und auch nochmal danke an dich dass du mir diesen Teamspeak gehostet hast kein Problem und ja der gute Eli hat auch einen YouTube-Kanal also auch mal gerne einen Sub dalassen und natürlich aktiv dabei bleiben Link zu ihm ist unten in der Beschreibung ähm ja da kam mal eben schnell gleich mit dem Skin von Höhe geflogen oh ja jetzt versuchen wir natürlich noch die Runde hier zu reißen aber das ist natürlich kein Ding für uns äh wir müssen auf unser Bett auch aufpassen, ne? äh ja ich bleib defensiv, oder? keine Ahnung du kannst auch auf das andere Team gehen nein 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 ja ich geh zu Gelben da mal ich bin es halt so ungewohnt weil ich Block hätte normal immer also beim Fast Bridgen und so ja ja also ich Butterfly klicke ja jetzt seit neuestem zumindest versuche ich es oh da ist dein dein FNA-Fan dein Fan FNA-Fan dein FNA-Fan joo wahrscheinlich ich bin runtergelaufen alles klar naja aber vielleicht kommen jetzt auch ein paar mehr Videos auf Revi ich mein ich hab da jetzt auch schon öfters gestreamt mal gucken ich mein es ist immerhin lagfrei hier ne? ja komm er hat so manchmal riesen seine Tage ja momentan ja eher dauerhaft vor allem in Skywars Alter hast du das mal gespielt in den letzten Tagen? hm hm gar nicht du kommst gar nicht ins Spiel rein weil die Lobby schon verpackt ist du gehst in die Lobby rein und F2 ist sogar verpackt manchmal ja ja es ist momentan alles verpackt da würde ich momentan eh zu Revi tendieren ja würde ich auch äh Gelb kommt oder? ähm ja wenn jetzt Betten wieder kommen der ist zu uns ich bleib mal ein bisschen defensiver ach unser Bett ist auch schon weg gell oder? ne da nicht ne steht noch was zum Fick das Bett ist hier weg äh ja rechts musst du noch Achtung der eine ist niek da ja die sind beide bei mir aber hier ist kein Bett mehr ich hol dir ein Bett einfach ja hier ich weiß gar nicht was er hier machen will ja Bett down von denen mach ihn tötet ihn mal tötet ihn mal dann kann ich dann warte ich noch so up down jo alles hä oh ja alles klar gg wie ich hol jetzt ein Bett ich will nicht getötet werden ich hab auch nen Bogen also egal egal aber ein Web hält hier nur 20 äh 10 Sekunden oder? ja ja irgendwie so war das keine Ahnung ich hab jetzt aber auch ein paar Webs hoffentlich werd ich jetzt nicht als gleich Mitte bezeichnen äh ma ich glaub nicht aber ja ich grade hier mit meinem 13er oder 11er ist es ja hier wo ist der letzte ah hier in seiner Base da oder? versuch ihn mir zu holen 101 epic 101 bei er bastelt Titan den Screen kann man auch nach der Runde machen ey yo er tötet er hat warum hat er mich nicht angegriffen i don't know ja also wie gesagt schaut beim Eli vorbei er hat das 7k Pack gemacht diesen Teamspeaker gehostet joint drauf schaut vorbei und er macht noch viele viele Packs freut euch drauf schaut bei ihm vorbei lasst ein Abo da ein Like auf dem letzten Video und dann läuft das ganze hast du noch was zu sagen? nein eigentlich nicht ok dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und schön wieder. Tschö.